So, hallo zusammen. Hier ist der Thilo. Hallo Thilo. Thilo, hör mal. Vor einem Jahr war ich bei dir. Da hast du mit 70 Plätzen angefangen und jetzt sind es über 150. Was ist passiert? Wir sind 184 zur Zeit. Gut, sorry. Ja, viele haben sich den Film angeguckt wahrscheinlich. Ja, schön. Und dann musstest du unbedingt ausbauen. Ja, ich muss weiterhin ausbauen. Ja. Was hat sich sonst noch verändert? Ansonsten haben wir ein Weckerbad gekriegt hier, einen Dump. Aber ansonsten am Platz hat sich nichts geändert. Wir werden noch Toiletten anbauen. Toiletten gibt es noch mehr. Gut. Ja, die werden wir noch anbauen. Und duschen, ja. Duschen und Toiletten werden wir anbauen. Gut. Also, ich schau mir das Bad dann noch an. Ja. Dann gehe ich mal noch zum Hundestrand. Ist ja auch ein Thema bei den Wohnmobilisten. Ja. Und deine Tochter, oder eure Tochter, hat ja auch Bistros hier. Ja, bis zu B-Watch 1 und die 2, bis zu B-Watch 2, die ist am Wasserskilift. Gut, da gehe ich auch noch hin. Ja. Also, was meinst du, Tilo? Sag noch was den Wohnmobilisten. Ja, alle mal her. Ich habe noch genug Platz. Gut. Super. Vielen Dank, Tilo. Jo, danke auch. Jo, danke auch. Jo, danke auch. Jo, danke auch.